Ja, wie gesagt, ne, call me maybe, für die Leute, die meine Telefonnummer haben, falls der Stream abrauscht. Ich hoffe, das funktioniert. Oh, ein Ladebalken. So. Tja. Nun bin ich da. Ich würde jetzt gerne am besten im rechten Auge noch so den Chat sehen können. Das wäre noch ein Traum. Damit ich so ein bisschen auf Kommentare eingehen kann. Aber bei VR soll man sich ja voll und ganz auf... Boah, wer schreibt denn jetzt? Also bitte, Leute. Ja, du bist gerade mitten im Stream. Was ist los? Mutti! Mutti! Soll ich den Stream ausmachen? Alles schick. Super. Warte mal eben. Toll. Mutti, soll ich den Stream ausmachen? Darf ich nicht mehr spielen? So, der Weg raus. So. Mama hat gerade angerufen. Soll ich den Stream ausmachen. So. Was ist denn hier? Boah, wie lange das Spiel lädt? Das ist ja der Wahnsinn. Oder ist das jetzt mittlerweile so, so wie bei den anderen Spielen? Das lädt nur einmal und dann nie mehr. Oh, es geht... Oh. So, da wären wir wieder im Speicherraum, Freunde. Was habe ich denn? Ich habe noch meine Pistole. Mein Messier. Und dann würde ich sagen... Geht's da mal weiter? Hier ist nichts mehr drin gewesen, ne? Genau. Hier war nichts mehr. Was stand denn? Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Was stand denn? Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Oh Gott, Freunde. Oh Gott. Hör auf damit. Ich baue auf zu wehen. Ich habe Paras. So. So ist die Tür. Die hatten wir ja schon offen, ne? Genau. So, hier war ja... Okay. That was she said. Ah ja, oben war ja... Stimmt, oben war ja der Raum. Da wollten wir noch gucken. Genau, hier die Schrotflinte ist definitiv... Also, ich vermute, das ist eine Falle. Ich werde die nicht nehmen, die Flinte. Ich muss mal gucken. Ich habe da so ein bisschen Schiss vor. So. Da war das Bild von irgendjemandem, was wir schon gesehen hatten. Haben wir das schon gesehen? Ah ja. Das war ich früher mit Gizmo. Gizmo hat mich mittlerweile schon fast überlebt. Ich glaube, das haben wir alle schon gesehen. Hier sind die Türen. Genau, da kamen wir in den Fallen. Wir haben... Ach, wir haben ja schon einen Hund... Hunde... Huch. Einen Hundekopf. Das heißt, den können wir ja mal eben einsetzen. Aha. So. Ah ja. Noch zwei weitere fehlen uns noch. Dann können wir... Boah. Boah, habe ich mich vor dem Schatten von dem Ventilator jetzt erschrocken? Oh Gott. Ich rede nur, um mich selbst zu beruhigen. So, Freunde. Der gepflegten Tanzmusik und des Breitensports. Die Oma ist mir immer noch ein... Ist mir immer noch ein Geheuer. Oh, was war das denn? Alter. Naja, Viertel nach zehn. Ich glaube nicht. So, und hier war das jetzt gewesen, glaube ich. War das jetzt hier? Stimmt, da unten lief die alte rum, ne? Mit der Laterne. Laterne, Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Scheiße über Herne. Entschuldigung. So. Freunde, ich... Genau, hier haben wir das Videotape gesehen. Wo ist das denn? Was ist das denn? Okay. Das sah gerade von weiter weg so ein bisschen merkwürdig aus. Oh, ein Mixer. Stimmt. Hier war ein Zettel. Bringt die Optimist-Kerle, den wir gewangen haben, in die Halle. Achso, zum Verarbeitungsbereich. Huch. Alter, wie nah das ist. Wie nah das ist. Da ist noch eine andere Flinte im Raum. Da kommen wir aber... Oh Gott. Kommen wir eh nicht rein. Wir haben Schießpulver, Chemikalien, Mia-Videokassette. Mit der Aufschrift Mia. Das haben wir ja schon gesehen. Das haben wir ja schon gespielt, ne? Mich würde mal brennend interessieren, ob wir, so wie in der Demo, auch Sachen aus der Vergangenheit mit in die Gegenwart nehmen können. Bei anderen Videos. Ich meine, Dietrich war ja hier nicht mehr vorhanden. Bei dem ersten Video. So. Was ist das denn hier? Haben wir das schon gelesen? 2. Oktober. Der Wetterbericht sagt, wir müssen über den Sturmreicht. Ach ja, doch. Stimmt. Das haben wir ja schon. Geist so gute Jack Daniels. Das haben wir alles schon gelesen, ne? So. Ab ins Abenteuer, Freunde. Ja, ist doch gut. Oh, Kraut. Warte mal. Ich war nochmal Inventar. Alter, die Uhr will ich haben. Äh, kombinieren. Kann ich? Ja, kann ich. Geil, so. Okay. Das heißt, wir haben zwei... Mediflüssigkeiten. Ach, jetzt sind wir hier oben. Ach du Scheiße. Was ist hier? Jazz World. Wooo. Und Mill. Was, was? Ach, Billy. Was steht da? Billy Uck. Love Session. Love Session. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mmh. Also wer weiß, ein gutes Bad nicht zu schätzen. Könnte ich das mal so sagen. Und das Spiel speichert. Das ist keine gute. Und wo hat er verdammt nochmal seine Taschenlampe? Mach die Taschenlampe an. Ich sehe manchmal gar nicht. Mach mal vorsichtig, weil die Türen zu... Ich will gar nicht wissen, was in diesen weißen Müllsäcken drin ist. Ich will es einfach gar nicht... Ich will es einfach gar nicht wissen. Vielleicht sind da noch irgendwelche... Köpfe drin oder sonst irgendwas. Eine antike Münze. Woohoo. So, was haben wir hier? Klopapier? Ich habe das Gefühl, ich habe gerade irgendwas gehört. Ich gucke noch nicht in die Badewanne rein. Ich habe da so ein Gefühl. Boah, jetzt gehe ich erstmal duschen. So sieht in meinen Badezimmer übrigens auch aus. So. Boah, da springt mich doch mit Sicherheit was an, oder? Wenn ich jetzt hier den Stöpsel ziehe. Ich hoffe, ich bin noch im Bild. Eine Holzstatue. Was? Eine Holzstatue. Wenn ich die doch nehme, da ist doch jetzt... Der passiert... Warte mal, das passiert doch in uns. Ein abscholllicher Haufen von... Wer weiß was. Vielleicht hat der Baker da drin gebadet. Man weiß es ja nicht. So. Alter, er hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. Ich habe auch gleich eine Gabe. Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Namen. Alter. Oh, du, du solltest gesagt. In der Scheiße steckst. Ciao. Renn, 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 Alter. Geh weg. Du stinkst nach Magie. Alter, wirklich, ich gehe speichern. Wirklich, ich gehe speichern. Alter, wie eklig sah der denn aus? Alles am blubbern bei dem im Gesicht. Der hat wahrscheinlich auch Mischhaut oder so. Der soll mal zum Kosmetiker gehen. Oh, ich speichere erst mal. Oh, Freunde. So, speichern. Ja, möchte ich. Ja, möchte ich. Der Stream scheint da noch zu funktionieren. Hätte ich schon längst noch andere. So. Ich guck mal irgendwie eine... So, die Münze. Mal da rein. Die Kassette auch. Brauche ich nicht. Was ist das hier? Hölzstatus, Schießpulver. Ja, komm. So, davon können wir mal... Ja, können wir mal einen abgeben. Dann haben wir... Können wir die stapeln? Ach, der stapelt immer nur drei. Okay. Wir haben schon vier von den antiken Münzen. Ein weißer... Ach, ein weißer Hundekopf haben wir auch schon. Ach, guck mal an. Okay, ich möchte aber erst mal den anderen noch finden, bevor wir... Bevor wir, äh... Bevor ich jetzt wieder sterbe oder so und irgendwie. Alter, die Frage ist, wartet der jetzt da oben auf uns? Oder ist der jetzt weg? Oh Gott. Warum ist mir denn heute so viel... Ach, wo zur Hölle ist so hier raus? Huh? Oh, hier ist so hier raus. Alter. Da ist meine Frage gleich mit beantwortet. Fuck. 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 Wo ist der? Der ist doch hier, oder? Was ist der? Der ist so nah gewesen. Hm. Scheiße. Und vor allem, wir müssen ja bei dem da langen, weil wir sonst nicht nirgendwo weiterkommen. Fuck. Der läuft da oben noch rum. Scheiße, ey. Fuck. Das ist die einzigste Tür da rein. Die Oma! Die Oma ist weg! Alter, die Oma ist weg! Ich sag's doch, die Oma ist die größte Verschwörung in dem ganzen Spiel. Kann mir einer erzählen, was er will? Keine Sorge, ich... Nein, ich sag' ich nicht. Oh oh. Ciao. Nein, Alter! Lass das! Lass das! Lass das! Alter! Nein, 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 nein! 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 Alter, will ich den vertragen? Geh weg, Alter, lass mich. Oh. Boah, wie viel der verträgt? Da ist der Fahrrad abnormal. Ich will gar nicht wissen, wie das bei Irrenhaus ist. So, war jetzt hier noch was? Ich bin... Ich bin... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz schön mutig, dass ich hier so schnell langlaufe, weil es ist ja nicht nur der Baker, der hier rumläuft, sondern auch... Hm, flüssige Chemikalien. Sondern auch Margaret und so und der... der verrückte... der verrückte andere Sohn da. Aber er sagte gerade, wo zum Teufel ist Zoe, ne? Und Zoe ist ja diejenige, die uns... die uns hilft, zumindest am Telefon. Äh... Achso, da brauchen wir Dietrich für, ne? Kann mich nicht aufgebrochen werden, okay. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Da kriegen wir die Tür auch nicht offen. Da ist auch nichts. Da ist nichts. Ja. Da wären wir nun. Baker ist erledigt. Oder? Alter, als die Oma schon wieder weg ist, das macht mir... das macht mir echt Sorgen. Und er ist auch weg, ne? Natürlich. Alter, ernsthaft? Der könnte doch jeden Moment hier irgendwo stehen. Oh Gott. Oh Gott, ich will das nicht mehr spielen. Wo ist der hinten? Alter, was sind denn das für Menschen? Was sind das für Typen? Vertragen zwei Ladungen... Pistolenmagazin und... Leben immer noch. Okay, ich riskiere es. Komm. Komm. Ich hab's gewusst. Ich hab's ganz genau gewusst. Okay, wir müssen irgendwas... Irgendwas finden, was das Gewicht ersetzt von der Schroppflinke. Was ist da hinten? Komm mir da raus? Toll, ich dachte, wir können ihn irgendwie... Alter! Willst du mich verarschen? Hab ich mich jetzt erschrocken, Alter! Wie er da rausstürmt einfach! Ich glaube, er hackt! Hat der gesoffen an der Hand? Alter! Ich will nämlich verarschen! Der ist wohl bescheuert in der Birne! Wie er da oberkörperfrei einfach mal rausstürmt so... Pah, hier bin ich! Alter, ich hab mich so in die Hose geschissen gerade! Puh! Ich hole mal eben den... Warte mal, den Hündekopf kann ich ja einsetzen, ne? Ist denn in der Garage noch irgendwas gewesen? So, warte mal, Hündekopf! Da, wir haben nichts! Aber... In der Garage war doch nichts mehr, oder? Wo komm ich denn jetzt... Hm... Ich geh noch mal in der Garage gucken! Garagey! Hm... Lecker! 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 Unser tolles Auto! Hey, lad' ich noch Pistolenmunition! Uh! Gut, dass ich noch mal zurückgegangen bin! Oh ja! Aber ganz ehrlich, wer hat denn bei so einem Haus... ...so eine riesige Garage, ...dass man mit dem Auto da drin drehen kann? Also bei mir, die Garagen... ...wenn ich so draußen Raum rumlaufe, ...dann sehen die Garagen anders aus. Viel kleiner. Okay, hier ist aber nichts mehr. Hier ist nichts. Hm. Hm. Oh, hier ist ein Staubsauger. Soll ich mal mitnehmen. Kann ich hier bei den Bakers mal wenigstens mal aufräumen. Ich bin wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr geputzt. ...so wie das... ...so wie das aussieht. Ja, okay. So. Ja. Hm. Alter. What the fuck? Alter. Oh. 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 Willst du mich veraschen? Wieso ist der jetzt auch mal hier unten? What the fuck? Alter, was? Ich will das nicht mehr spielen. Wir haben einfach langlatscht. So, ja. Oh, jetzt hau ich schon wieder Ostern. Das gibt's doch nicht. Jetzt läuft der Drecksack hier unten auch rum. Ich dachte, der bleibt oben nur. Also. Ganz so doof. Ganz so doof scheint er ja dann auch nicht zu sein, oder? Ich will gar nicht rennen. Mach die fucking Tür zu. Hallo. Ich bin hier. Vor allem, was hat der da in der Hand? Was, was, was? Alter. Und vor allem, der braucht zwei ganze Pistolenmagazine. Sogar mit Kopfschüsse. Also fast. Wow, wie cool das ist, mit Brille sich um die Ecken umzugucken. Das ist so geil. Ja, die neuen Quoten sind da. Noch mal lustige Sprüche. Ist der jetzt? Das Miese ist, es gibt nur der... Ja, ist gut. Es gibt nur den einen Gang, der hier so lang geht. Und ansonsten, ich werde den sowas von in die Arme laufen. Ich weiß es jetzt schon. Ah, er scheint aber auch wieder weitergegangen zu sein. Okay. Hä, er steht da hinten. Den hätte ich jetzt beinahe gar nicht gesehen. Hallo. Mach die Tür zu. Scheiße, die Tür geht nicht zu. Jetzt. Nur eine. Oh Gott. Jetzt kommt er. Jetzt, jetzt kommt er. Ich schwöre, der kommt. Der kommt, der Baker. Mr. Baker. Baker Man. Da gab es doch mal so ein Lied, ne? Das ist Baker Man. Das war von, von, ich glaube von Sean Baker oder das glaube ich. Baker Man. Die, 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 die. Müsst ihr mal googeln oder so bei YouTube. Baker Man. Voll egal, das Lied. Na, wo ist er denn? Äh. Na, wo bleibt er denn? Jetzt bricht er gleich hier durch die Wand. Ich würd, ich würd so vom, vom Stuhl springen. Das ist unfassbar. Wo bleibt, ich dachte, der kommt raus. Wo bleibt? Hallo? 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 Ooh. Oder ist er über uns? Wär natürlich ideal für uns. Ich seh's jetzt schon. Ich mach's gut drauf, der steht da. Alter. Alter, allein, dass der nur da rumläuft, das ist schon... creepy. Ich muss warten, dass der runterkommt, weil dann gehen wir nach oben. Und dann gucken wir uns oben nochmal um. Ich will jetzt jeden Kamp... gehen ins Cayenne-Kampf vermeiden. Mit dem Typen. Hallo. Wo bin ich denn? Oh, fuck. Ach, jetzt geht da da die Treppe rauf, oder was? Ist ja denn so... Jetzt ist die Frage, ist das so ein Assis-Spawner, dass der halt immer in deinem Bereich bleibt, oder geht der auch mal... Oder geht der auch mal durch Türen woanders hin? Also zum Beispiel hier unten jetzt wieder. In dem Startbereich. Das würde mich halt mal... Das würde ich gerne wissen. Ob der auch mal in den Startbereich wieder geht. Das wäre mal so eine geile Frage. Weil da oben kann ich den jetzt gar nicht gebrauchen. Und hier unten zu stehen ist doof. Ist assi. Hier rein würde ich gerne gehen. Und einfach die Tür zumachen. Fuck. Boah, ich dachte wir haben den erledigt. Und komm, der ist jetzt gut. Und jetzt hast du ja erstmal Ruhe wieder vor dem. Ja, scheiße. Der steht auf und rennt einfach weiter. Das ist also quasi nur... Also sollte man den eigentlich nur dann erledigen, wenn du wirklich irgendwie Ruhe brauchst. Erstmal für ein paar Sekunden. Ansonsten sollte man den... Und vor allem wieder durch die Tür oben geschossen kam gerade. Ich hab... Boah, mein Herz ist so in die Hose gerutscht. Man mag das gar nicht glauben. Freunde, heute werde ich nicht alt. Heute werde ich auf keinen Fall alt. Und aufräumen könnt ihr auch mal wieder, ne? Sieht ja verboten hier aus. Aber ich frage mich, wie wir weiterkommen. Ich hab keine Ahnung. Achso, warte mal. Wir haben den... Den Hundekopf, ne? Warte mal. Das so eine gute Idee ist, hier zu rennen. Oh Gott, 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 Gott. Ich bin nicht da.